Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Liebe MCPler, das Jahr 2013 neigt sich dem Ende entgegen. Wir hatten eine tolle GSV in Leipzig. Und ein super Ressortleiter-Treffen in Nürnberg. Und eine Vorsitzendenversammlung in Hamburg. Tolle Kandrollen, in verschiedenen Geessen. Und einen erfolgreichen Damesar in Stuttgart. Und weitere tolle regionale Events. Für euren Einsatz und euer Engagement wollen wir euch danken. Hallo zusammen. Abschließend zu unserem Weihnachts-Neujahrs-Video, was das National Team eben einleitend schon gemacht hat, haben wir eine kleine Überraschung für euch. Und zwar haben wir eine kleine Bescherung vorbereitet, eine vorweihnachtliche. Und zwar habt ihr ja bei der Schlaganfallkampagne mitgemacht. Und unser Weihnachtsmann, den wir hier eingeladen haben, aus Lappland, wird jetzt gleich hier eine Ziehung vornehmen. Und dann haben wir drei Glückliche, die den nächsten GSV-Beitrag in Feierdom geschenkt bekommen. Wir sind gespannt. Ho, ho, ho. Dann fangen wir gleich an mit der Ziehung. Der erste Glückliche ist... Annalena Pürsch. Herzlichen Glückwunsch. Nummer zwei. So. Der Kandidat ist... David Simmendinger. Wir gratulieren. Und die letzte Nummer. Drei. Svenja Kirch. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren euch. Nun gilt es nur noch zu sagen, wir wünschen euch im Namen des ganzen nationalen Teams frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ab dem 6. Januar sind wir dann wieder für euch da. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020